Hallo und herzlich willkommen zur 7. Staffel Rainbow Six Siege. Zwei Jahre sind es her, bevor wir Rainbow Six Siege angefangen haben zu spielen. Ich wünsche euch noch ein frohes neues und wie gesagt, die neue Staffel fängt ja im Januar an. Und ihr habt ja schon gemerkt, wir haben ja aber schon den 3. Januar. Weiß ich, wenn diese Folge aufgenommen wird, das 3. Januar, weiß ich, kann sein. Ich sehe mal so, diese Staffel ist eine Lockerstaffel. Eine Locker, 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 Motherfucker Staffel. Denn wir sind Platin. Und in letzter Zeit sind ja mehrere Dezis erschienen. Wie gesagt, das Neueste ist White Nose, da ist Dukibi, Sophia und Witchel dabei. Und hinzu kommen zwei neue Elite-Klassen. Einmal die Fuse-Klasse, die ihr gerade seht. Und einmal die Mute-Klasse, die wir auch gleich austesten werden. Schnitt, austesten werden. So, und ich hoffe, euch freut, dass wir mal wieder Rainbow Six Siege spielen. Zwei Jahre eben halt her, bevor wir angefangen haben bei Black Ice. Fing es an, dann kamen Dust Lions, Good Rain, dann kamen... Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, die Bahn und so, aber... Ich weiß es nicht. Danach kam Favorite Shell. Danach kam Blood Orchid. Also, danach kam Operation Health. Danach kam Blood Orchid. Danach kam dann eben halt jetzt White Nose. Und White Nose, wie gesagt, geile... Nein! Geile, geile neue Map, die hier hinzugekommen ist. Sie gefällt mir sehr. Denn ich und Ghost haben schon mehrere Tricks gefunden, die man da machen kann. Wie man aus dem Turm rauskommt. Als Verteidiger. Guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Moin, moin. Guten Abend. Gugelschreiber! Sagt Hallo zu YouTube. Nein. Hallo, U-Ford. Ja, nee. Das nur dienstags, okay? Und, äh, Jubi-Porn gibt es freitags. Ähm, wenn wir verlieren, sorry. Nö. Auf der Ostseite? Alles gut, sind wir gewohnt. Alles gut, Stefan Rapp ist da. Kuh-Geschreiber! Oh Mann, voll aggressive Sprache, die Deutsche. Kuh-Geschreiber! Schmetterling! Ah, kennst du Currywurst? Noch nie gehört. Ich auch nicht. Hehehe. Kiefernzapfen! Ich muss nachladen! Krankenwagen! Muschi! Penis! Sackhaare! Kiefern! ... Kiefern! Yo, nice, let's play Geisel ist sicher easy peasy er ist über die frostfalle gesprungen okay lass ihn reporten die definition von toxic ist alles hauptschüler wie er hier sieht ist das die mute elite ich finde es immer noch gar nicht weil gut kann ich echt gut spielen ich habe mir ein holo zugelegt weil ich finde damit kann man besser mit dem spiel oder mit der um die viele leute kugel muss gesichert werden einer einfach witz weiß ich nicht um die 10 bis 30.000 wieso keiner null ich dachte ich will verküren bin auch so blöd hallo steht da nicht rum mach dich nützlich mira macht dich nützlich ich war für die unterhaltung der drohnen zuständig das vorspiel bitte nach dem sex brauchst du dann auch nicht mehr channel hä du weißt mir eigentlich auch bescheid sein können aber naja der channel heißt channel cool cool paren weil der einzige der nicht sprechen kann so channel name und bist du zufrieden da habe ich schon einen ist das dein ernst mira ich öffne ok da oben sind welche warum ist keine oben nein oben aber sind zu viele habt ihr schon camps geguckt tschuldigung da abmarkiert ich sollte mal die schlechthasse einfügen kugelschreiber tschuldigung so im fieber scheißuhrensohn alter ich entdecke dich ach nee alter erste runde aber ash ist ein hp ein hp hat ash ich markiere nice ash lebt immer noch mit einem hp one hp ach schade ok die haben eine hibana und ash immer noch ash hat immer noch ein hp also ein hit und du hast sie ok sie ist tot weil sie es probiert hatten letzter hibana 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 hibansa guck mal wegen cam nur noch ein gegner übrig fetcher ja gut steht hier oben der spider geisel meine meinung nach guter volk für eigene trocken lasse mich gewinnen so monitor montieren darf sogar gleich die erste runde vorbei aber ich glaube wir machen noch eine zweite oder doch nicht man sieht ist die waffe vom gut jetzt nicht so stark aber trotzdem sein die elite class ist einfach nur sexy am ende oder die von fused ich bin ja eigentlich auch von fused geholt da wir mehr abwechslung wollen mache ich auch gleich mal alles wieder an denn in letzter zeit haben ich und ghost nur den geyser modus genommen weil ich für wir finden den einfach nur besser und ja du lernst immer von dem märz mal andere teile kennen weißt du ok echo geht nach oben ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann ein zwei alexander ich wechsle das magazin was habe ich einen super schlag oder was ich mach mal was was warte kurz zu vier da hat irgendjemand löcher gemacht warte ja den hole ich mir er ist auch noch aufsett er ist jetzt links von der und er ist irgendwo anders weiß nicht genau wo die gargoltreppe kenn ich nicht ach so ach so jajaja jetzt kenn ich habe ich zuerst nicht akustisch verstanden warte kurz ich guck cam ich guck cam ich guck cam da ich ich keine bin ich 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 Einfach so ausfahren. Achtung, 45 Sekunden noch. Ach, Mann. Blöde Hurensohn, Alter. Entschuldigung, dass ich das sage. Frost ist nur drin. Hol dir die Geise. Der ist nicht drin. Er ist nicht drin. Glaub mir. Hä? Lol. Ja, genau. Genau, an diesem Punkt läufst du rein. Genau. Als ob er das wusste, ne? So kleine Hacker, ne? Ach, naja. Nicht schlimm. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Ich weiß, die Vaküre ist eigentlich nicht so perfekt. Aber egal. Besser als nichts, ne? Oder nehmen wir Dork. Wir nehmen Dork. Komm, unseren altbewährten Dork. Lieblingskameraden, Alter. Wenn ihr wollt, ne? Kann ich mal so ein Tipps- und Tricks-Video machen für euch. Für Rainbow. Denn ich bin ja nicht umsonst Platin. Ich war auch Dior. Ich würde das gar nicht da rum so nah machen. Ich würde das eher so bei den Fenstern und so machen. Müsst hier aufpassen, ne? Ich würde es nicht umsonst Platin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wow, 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 ganz locker, Junge. Warte kurz, warte kurz, ich warte, okay, kannst hier aufschlagen, nice, ja oder nein? Mach das, Pussy, mach das selber, sagt der, scheiß Geiselkiller. Oh, warum ziehst du denn da hin? Liegt hinter der Geisel, liegt hinter der Geisel. Ich lade nach. Ganz close. Da. Nice. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Harry und so. Peace. Hä, hakt doch nicht ab. Alles stinkt normal bei Hiwbana, alles klar. Kein Geld. Das Letzte sieht aus wie eine blöde Kuh. GG. Guys. Tötschkro. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir auf der Web sind, okay? Und da sind wir wieder auf der Web Haus mit unserem altbewährten Gumpels, die immer noch random sind und ich hoffe, diesmal töte ich nicht die Geisel. Wäre das nicht schön, wenn wir mal irgendwie jemand frosten oder so. Wäre auch schön. Danke. Braucht er irgendjemanden bestimmten, dann nehme ich ihn. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wen ich nehmen soll. Nimm Rekrut, wenn du Eier hast. Okay, er beweist seine Eier. Kein Ding. Hä? Warum hat Myra jetzt C4 bei einer Geisel? Viel Spaß. Ich sag dir, irgendeiner von uns wird wieder die Geisel töten. Ich kann auch mal mit C4 dorthin packen, das ist ein Trap. Ja, genau. Machen sie ja nicht kaputt, ne? Ich würde es nicht kaputt machen. Wenn die Geisel lief, wenn die Geisel, dann ziehe ich. Ja, dann ist die Geisel tot. Vorher töte ich ihn, dann haben wir noch gewonnen. Ha. Und was, wenn es zwei Leute sind noch? Dann habe ich Pech. Was hat er denn für einen Boden-PC? Irgendeine Muck. Du, 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 du. Maaan. Ich habe hier auch nie meine ganze Zeit, maaan. Warum ich spiele ich die ganze Zeit gegen Silber oder Platin? Was soll alle rausgehen? Bisschen verstimmt. Oh, Mirror, Mann. Warum hast du... Munter Monika. Junge, was macht ihr da? Mucke. Mucke. Was für Mucke, Mann. Seid ihr fünf kleine Spackos oder was? Quasi. Quass. Ja, Twitch. Hau ab. Du kennst nicht die Oktonauten? Kennst du nicht die dreijährige Kinderserie? Magazinwechsel! Junge. Irgendwie haben wir den Stacheldraht unnötig platziert. Ich bin nicht die Oktonauten. Ich bin nicht die Oktonauten. Ich bin nicht die considerably fliegt. Gut. Was? Ich bin nicht die Oktonauten. Wie gesagt? Aber ich bin nicht die excited. Ich bin nicht die Oktolauten. Bin nicht der Medizine für die Oktolik-P Was sind die denn? Aufpassen, ne, Mira Jo Auch wenn's nur locker ist, mir scheißegal Comments sind Comments Wollen wir noch Tasse Kaffee trinken Hatten wir Bock auf Kaffee oder Tee Oder Kakao, hab ich auch anzubieten Ja, Alter, so richtig geilen Wasserkakao, ne Junge, ich kenn so richtig geilen Wasserkakao Kennst du mit dem Wasserkocher so machen? Ja, geil, Alter, Fotze Schießt ja bloß nur 200.000 Kugeln auf ihn Stirb nicht Doch, kein Kakao Äh, Kakao, ja Ist das denn ernst? Twitch Kommt von rechts Ja, schießt Nice Ist schon tot, ist schon tot Junge Mann Rechts sind zwei Blackbeard und Twitch Aber trotzdem fehlen noch zwei Nice, nice, nice Zwei gehen in die Garage Also kommen von hinten Nice Ist der behindert? Ja, nice, 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 nice Bitteschön, führ mein Loch Da ist Aim die Rechts Aim die rechts Ja, oder Mach, keine Ahnung Mach was du willst Warte Warum? Warum? Ich weiß, was ich tue Ja, sieht man Ich hab gewonnen, oder? Glaubt, du hast einfach nur Glück Glück ist was für Noobs wie dich Ja, sagt der mit dem Rang Kupfer Kupferrang Gold Ja, dann nehmen halt Gold Das ist das gleiche Haha Vorher war ich klar Oh, wie süß Danke Ich war dir ja alle anderen Runden Außer diese Muss ich noch machen Aber nichts Aber nicht mehr heute Soll ich überhaupt Termite mitnehmen? Ne, kein Bock Nimm sie mit Ich sehe da Ladylike Wieso bist du Heruntergestiegen Von Platin? Nicht Ich hab diese Season Noch nicht so viel gespielt Ranked Er traut sich nicht Ja Garage Ja, weil du ein Pussy bist Und du Angst hast Deswegen Dein Kollege Der ist Platin Der hat auch kein Leben Ja Und Ja, genau Du bist Gold 1 Brauchst nur ein Match Und dann bist du auch Platin Hast auch kein Leben Ich bin so eingestuft worden Und seitdem habe ich keinen Bock mehr zu spielen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Deren Reaktion, ne? Kommen das von der Garage Pussy Alle gehen von oben Außer mein guter Freund Fetcher Ablenkung, okay Ich gucke links Ich gucke Warte kurz Keiner drin Aber komm Pass auf Pass auf Oben, 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 oben Ey Ich weiß nicht wie das heißt Küche oder so So ist ich Tone aktiviert Tone aktiviert Und an Pro Kommt einer von hin Warte Der Dropshot Nö Ich habe noch nicht mal einen Wie sie CSGOAIM AWP einmal kurz Noch nicht mal eine Millisekunde Hier draufgedrückt Bababa Was für WCF Alter Best English Erstmal schön Bandit Nenning Wir brauchen noch Witzel Entschuldigung Ich rede Ingame Ich rede Ingame Okay Komm mal mit Mira Hier machst du jetzt mal ein fettes Fenster rein Genau jetzt Entschuldigung Danke Bitte Ihr müsst die Luke aufmachen Ne Un 100 Pro Müsst ihr dort sein Ich bleibe noch 10 Sekunden Ich setze Stachel drauf Ich bleibe 5 Sekunden Gerät ist platziert Geisen wurde nicht lokalisiert Gerät ist platziert Gerät ist platziert Ich bleibe noch Ja, nicht drinnen. Sag bloß. Ja, sag nee. Wow, wow, wow. Ähm, Witsche, geh nicht zu weit nach hinten. Ich wechsle das Magazin. Hilf, ja, ja, ja. Ich werde jetzt nach. Hast du ihn? No. Er hält da, du sei. Ist jetzt um auch. Kapital, Kapital im Badezimmer. Hab ihn. Kapital? Äh, nee, nee, den draußen haben. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du bist aufgehört. Ibana ist draußen im Badezimmer. Letzter verbleibender Gegner. Draußen im Badezimmer. Draußen vor dem Badezimmer. Vom Feind kontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Dein Standort ist gefährdet. Ich bin draußen, ne? Wo ist denn die blöde Kuh? GG. Boom. Natürlich stimmt die Adresse nicht. Ich habe keine Seite. Ich würde sagen, ich würde mich verabschieden für diese erste Folge Rainbow Six Siege in der siebten Staffel mit einem Alpha-Pack, was wir noch öffnen werden. Gleich, das zeige ich euch noch, das mit dem Alpha-Pack. Dann, ja, sehen wir es gleich. So, nee, oder doch nicht. Ich würde sagen, das sieht ihr in der nächsten Folge Rainbow Six Siege Staffel 7 schon in der nächsten Folge eben halt. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen mit Randoms, die aber echt cool waren, wovon ich, glaube ich, zwei oder so habe, wenn ich mich nicht täusche, ja, zwei habe und die echt cool sind und echt geil drauf sind. Schönen Abend noch, schräg, schräg, schönen Mittag, schräg, schönen Morgen, schräg, schräg, schräg. Ciao. Ciao.